Es wird Zeit, dass wir mit den regulären Sprachen abschließen und dafür möchte ich zu all dem, was wir bisher über reguläre Sprachen gelernt haben, eine kleine Zusammenfassung an dieser Stelle einschieben, bevor wir zu den kontextfreien Sprachen weitergehen. Mein Name ist Markus Krütsch, willkommen zurück zur Videoreihe Formale Sprachen und Automaten an der TU Dresden. Wir haben eine ganze Menge gelernt und manchmal ist es leicht, bei so viel Stoff durcheinander zu kommen. Deshalb habe ich an dieser Stelle noch mal einen Überblick für Sie erstellt, auch mit ein paar Hinweisen dazu, wo Sie jeweils die Informationen finden können, wenn Sie noch mal genauer nachlesen wollen. Also quasi als kleines Inhaltsverzeichnis zu den Videos und Vorlesungsunterlagen, die Sie an dieser Stelle schon erhalten haben. Wir hatten alles begonnen mit der Einführung von Grammatiken und hatten an der Stelle schon über alle möglichen Arten von Grammatiken gesprochen, nicht nur über die regulären, sondern auch über die kontextsensitiven und kontextfreien und natürlich beliebige Grammatiken, die wir alle in unterschiedlicher Art und Weise definiert haben. Zu den anderen Typen, außer dem Typ 3, der die regulären darstellt, wollen wir noch kommen. Das folgt in den nächsten Videos. Bisher hatten wir nur die regulären Grammatiken kennengelernt und die Definition von regulären Grammatiken war tatsächlich sehr, sehr einfach. Es gab nur drei Formen von Regeln und dementsprechend auch nur sehr einfache Konstruktionen. Wir haben auch gelernt, wieso das so ist. Also in gewisser Weise, wenn Sie sich daran erinnern, wie wir den Bezug zwischen Automaten und Grammatiken hergestellt haben, dann erkennen Sie insbesondere diese erste Form von Regel eigentlich schon fast als die Übergangsfunktion von Automaten wieder. Vom Zustand A gehen wir mit Zeichen C in Zustand B über. Das ist genau die Idee, die hier dahinter steht, warum diese spezielle Form hier gewählt worden ist und keine andere. Gut, das also die Übersicht über die verschiedenen Grammatiken, die Sie inzwischen kennen und wir haben dann aufgrund dieser Grammatiken die Hierarchie definiert, die Chomsky dazu eingeführt hatte. Vielleicht machen wir es lieber so. Ja, im Zentrum der Hierarchie hatten wir die regulären Sprachen stehen und wir haben gezeigt, dass diese Hierarchie tatsächlich echt ist. Also in dem Sinne, dass sie eine Hierarchie von Sprachklassen definiert. Ganz wichtig ist es dabei zu verstehen, dass es eine Hierarchie von Sprachklassen ist und nicht etwa eine Hierarchie von Grammatiken. Das war schon eine Frage, die auch zu einem der Videos aufgetaucht ist. Wie kann es denn überhaupt sein, dass eine reguläre Grammatik zum Beispiel überhaupt kontextfrei ist oder kontextsensitiv ist, selbst mit Epsilon-Regeln, wenn man doch eigentlich bei der regulären Grammatik keinerlei Einschränkungen macht bezüglich der Form der Grammatik. Ja, also Sie sehen, dass hier nochmal auf dieser Folie die Typ-1-Grammatiken hatten wir ja nochmal erweitert mit Epsilon-Regeln, um zu erlauben, dass auch das leere Wort abgeleitet wird. Aber in dieser besonderen Form, was überhaupt die einzige Form ist, bei der man ein leeres Wort ableiten darf, darf das leere Wort trotzdem nur vom Startsymbol aus abgeleitet werden und von keinem anderen. Bei regulären Grammatiken dagegen kann man von jedem beliebigen Wort aus das leere Wort, von jedem beliebigen Nicht-Terminal aus das leere Wort ableiten. Ebenso bei kontextfrei. Und man sieht also, nicht jede reguläre Grammatik ist auch kontextsensitiv, nicht mal mit der Erweiterung. Und das ist wichtig, das zu verstehen, dass es also nicht eine Hierarchie von Grammatiken ist, über die wir hier sprechen, sondern eine Hierarchie von Sprachen. In dem Sinne, dass jede der Sprachklassen, die diese Grammatiken jeweils beschreiben können, tatsächlich echt enthalten ist in der nächstgrößeren Sprachklasse. Das heißt, alles, was wir mit den regulären Grammatiken in dieser Art, wie wir sie angegeben haben, beschreiben können, lässt sich auch ebenso beschreiben durch kontextfreier Grammatiken und durch kontextsensitive Grammatiken mit Epsilon-Erweiterung. Selbst dann, wenn die reguläre Grammatik, die wir vielleicht verwendet haben, selbst nicht der Definition von kontextsensitiver Grammatik mit Epsilon-Erweiterung benügt. Es reicht zu wissen, dass es eine solche Grammatik geben wird. Hierarchie von Sprachen, keine Hierarchie von Grammatiken. Außer wenn man sie nach der Ausdrucksmächtigkeit ordnet und das als Hierarchie auffasst natürlich. Aber das heißt nicht, dass jede reguläre Grammatik auch kontextfrei oder kontextsensitiv ist, etc. Obwohl das natürlich trotzdem in vielen Fällen zutreffen wird. Ganz außen im grauen Bereich haben wir die formalen Sprachen, die, wie wir von Kantor wissen, sehr, sehr weit weg sind und viel, viel, viel mehr enthalten als all das, was wir endlich beschreiben können mit irgendeinem Ansatz. Gut, dann haben wir uns genauer mit regulären Sprachen auseinandergesetzt. Wir haben verschiedene Automatenmodelle kennengelernt und diese untersucht. Hier auf der Folie ist nochmal eine Übersicht über all die verschiedenen wesentlichen Geschmacksrichtungen von Automaten, die wir hier kennengelernt haben. Allesamt waren endliche Automaten, finite Automata, die ich deshalb mit FA oft abkürze. EA ist auch gebräuchlich im Deutschen, können Sie auch machen. Es gibt den deterministischen endlichen Automat, der nicht unbedingt eine totale Übergangsfunktion braucht, aber den man so definieren kann und auch umformen kann. Es gibt den nicht-deterministischen endlichen Automat, der in verschiedenen Versionen uns begegnet ist, mit Erweiterungen wie Epsilon-Übergängen, Wortübergängen oder sogar regulären Ausdrücken als Übergänge, als zumindest Zwischenschritt in einem Algorithmus, den wir gesehen haben. Wir haben bei diesen Definitionen auch immer angegeben, natürlich, welche Sprache so ein Automat definiert. Das ist ja das Wichtigste. Der Automat soll ja in erster Linie eine Sprache definieren und dafür haben wir jeweils zwei Ideen erarbeitet. Die erste ist natürlich, dass ein Automat eine Sprache definiert, indem er sie durch einen Lauf, ein Wort durch einen Lauf akzeptieren kann und die Menge aller so akzeptierten Wörter ist dann die Sprache. Und das ist das, was hier im zweiten Punkt steht. Und wir haben das auch nochmal anders umgeschrieben. Im Prinzip diese selbe Definition mit der allgemeinen Übergangsfunktion, die direkt mit einem Wort als Input erhält, anstatt nur ein einzelnes Symbol und dann direkt zu dem Zustand oder den Zuständen übergeht, die man mit diesem Wort erreichen könnte. Und darauf aufbauend kann man auch die Sprache definieren. Verschiedene Definitionen für die Sprache zu haben, ist von Vorteil. Wir haben gesehen, sehr viele Beweise kann man damit relativ leicht erhalten, indem man einfach das jeweils passende Kriterium anwendet, um eine möglichst schnelle und einfache Umformung zu erhalten. Das ist der Grund, warum sich das lohnt, mehrere gleichwertige Beschreibungen hier zu haben. Es ist auch manchmal nett, wenn man noch eine andere Intuition zusätzlich zu der einen Definition, die man als Hauptdefinition vielleicht angenommen hat am Anfang, noch dazu erhält. Okay. Das waren also die Automaten, die Sie alle kennen sollten. Und mit Hilfe dieser verschiedenen Darstellungen konnten wir dann ein sehr großes Diagramm hier aufbauen mit all den verschiedenen Versionen von Automaten in der Mitte und den regulären Grammatiken und den regulären Ausdrücken. Hier im oberen Teil Syntaxdiagramme hatte ich auch noch mit erwähnt. Die sind vielleicht nicht ganz so wichtig, aber auch ganz praktisch zu verstehen, wie die funktionieren. Und was ich Ihnen hier angeschrieben habe, sind all die Umformungen und Argumente, die wir entwickelt haben, um zu zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, hin und her zu gelangen zwischen der einen und der anderen Darstellung. Das heißt, für jedes dieser gelben Schilder sollten Sie ein entsprechendes Verfahren oder teilweise auch mehrere Verfahren kennen, mit denen man das konkret bewerkstelligen kann. Und so ein Verfahren zu kennen bedeutet nicht nur, dass man beweisen kann, dass die Umformung überhaupt gelingt. Das ist natürlich erst mal das erste Ziel, dass man zeigen möchte, dass all diese Dinge die gleichen Sprachen definieren, die gleiche Sprachklasse aufspannen von regulären Sprachen, was man durch die Umformbarkeit einer in den anderen Darstellungen zeigen kann. Aber darüber hinaus hat man noch die Möglichkeit, natürlich solche Algorithmen auch konkret anzuwenden, wenn man zum Beispiel einen Automaten benötigt für einen bestimmten regulären Ausdruck, was übrigens gar nicht so abwegig ist. Also wenn man in Programmiersprachen oder in einem Softwareprojekt reguläre Ausdrücke auf bestimmte Arten analysieren oder verarbeiten will, dann ist es zum Teil sehr praktisch, eine Art Automatendarstellung zu entwickeln, denn die ist ja sehr nah an der algorithmischen Implementierung der Ausdrücke. Das geht natürlich am besten dann, wenn die Ausdrücke tatsächlich in ihrer Ausdrucksmächtigkeit so beschaffen sind, wie wir sie hier in der Vorlesung kennengelernt haben. Ich hatte erwähnt, in Perl so ein RegExp von Perl lässt sich, lässt durchaus noch mehr Features zu, die wir nicht alle mit den Mitteln, die wir hier kennengelernt haben, darstellen können. Tatsächlich die nicht mal in regulären Sprachen liegen und dann müsste man dementsprechend auch kompliziertere Berechnungsmodelle verwenden. Aber es gibt auch genügend praktische Anwendungen, in denen wir mit sehr einfachen regulären Ausdrücken zu tun haben. Denken Sie an RAF-Datenbanken, in denen reguläre Partausdrücke vielleicht eine Rolle spielen oder aber auch sowas wie XML-Analyse oder DOM-Tree-Analyse. Ja, selbst CSS ist natürlich eine Art von regulärem Ausdruck, wenn Sie bestimmte CSS-Selektoren verwenden, die natürlich dann sehr einfach darstellbar sind. Okay. Zu guter Letzt habe ich noch Ihnen hier eine Übersicht erstellt mit verschiedenen Umformungsalgorithmen, die auch in dem Diagramm ja schon indirekt zur Sprache kamen, jeweils mit Eingabe und Ausgabe und einem Hinweis auf die Vorlesung, in der das jeweils besprochen wurde. Wenn Sie jetzt das passende Video suchen, die Videos hier zu verlinken, wäre nicht so praktisch und so viele Karten wollte ich Ihnen auch nicht einfügen. Stattdessen können Sie einfach auf die Vorlesungswebseite gehen und dort zu jeder Vorlesung verlinkte Videos finden, sodass es da wahrscheinlich ein bisschen bequemer ist, als wenn ich Ihnen jetzt hier längliche Videokürzel oder viele Karten einfüge in dieses Video, auf die Sie dann schnell klicken müssen in der richtigen Sekunde. Also hier sehen Sie die verschiedenen Umformungen und ich schlage groß, ich schaue sich das in Ruhe mal an, können Sie auch gerne ausdrucken, um zu sehen, ob Sie für jeden dieser Umformungsschritte etwas wissen und verstehen, wie das jeweils funktioniert hat. Einige waren sehr einfach und kurz. Ich habe hier wirklich fast alles aufgelistet, was wir irgendwie gemacht haben. Andere waren etwas aufwendiger. Manche sind auch eng verwandt, Quotienten, Automat und reduzierte Automat. Sollten Sie wissen, was der Unterschied ist, aber die wesentliche Arbeit passiert natürlich im Quotientenautomaten. Die Reduktion ist dann ziemlich einfach. Okay. Gut. Mit all diesen Umformungen sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass die regulären Sprachen tatsächlich eine sehr schöne Klasse von Sprachen darstellen. Eine Klasse, die sich auf sehr viele verschiedene Arten gleichwertig beschreiben lässt. Und das habe ich hier nochmal zusammengefasst in diesem Kasten. Die Menge der regulären Sprachen ist die Menge, genau all jener Sprachen, die von einer Typ-3-Grammatik beschrieben werden, von einem DFA erkannt werden, von einem NFA erkannt werden, von einem regulären Ausdruck beschrieben werden oder die endlich viele Myhill-Nerode-Konkurrenzklassen haben. Auch damit sollten Sie inzwischen was anfangen können. Es ist außerdem die kleinste Menge von Sprachen, die alle endlichen Sprachen enthält und unter diesen Mengenoperationen hier abgeschlossen ist. Insbesondere wichtig der Klenisch-Stern und der Schnitt und die Konkatenation. Tatsächlich reichen sogar diese schon aus. Ich könnte genauso gut sagen, es ist die kleinste Menge der Sprachen. Nur die leere Sprache, die Sprache mit dem leeren Wort und die Sprache mit dem einstelligen Wort für jedes Symbol aus dem Alphabet enthält und die lediglich unter, pardon, ich hatte gesagt, Schnittvereinigung natürlich, Konkatenation und Klenisch-Stern abgeschlossen ist. Also das sind die Operatoren, die wir als eine minimale Menge von Operatoren verwenden können. Bei den anderen war es vor allem wichtig zu verstehen, dass man auch mit diesen zusätzlichen Operationen nicht aus der Klasse der regulären Sprachen herauskommen kann. Abschlusseigenschaften für alle wichtigen Operationen. Außerdem haben wir neben diesen charakterisierenden Eigenschaften noch einige Eigenschaften kennengelernt, die nicht die regulären Sprachen charakterisieren, die aber trotzdem manchmal ganz nützlich sind. Nämlich zum einen, dass alle endlichen Sprachen regulär sind, aber nicht umgekehrt. Es gibt auch unendliche reguläre Sprachen natürlich. Und zum anderen, dass alle regulären Sprachen Pumping erlauben. Ich kann die Wörter aufpumpen, aber das allein reicht nicht aus, um Regularität sicherzustellen. Okay. Gut, das also auf einen Blick sehr viele Charakterisierungen und auch da sollten Sie zu den verschiedenen Teilen eine ganze Menge Hintergrundwissen haben inzwischen. Zuletzt haben wir noch über Probleme für endliche Automaten gesprochen. Einiges davon kann man auch allgemein als Sprachprobleme formulieren. Ich habe es beim Wortproblem gezeigt. Und natürlich könnten Sie auch viele dieser Probleme für andere Darstellungsformen von Sprachen sich überlegen. Also ich könnte alles, was ich hier frage, auch für reguläre Ausdrücke fragen oder für Grammatiken fragen. Auch für andere Grammatiken natürlich nicht nur für reguläre. Und dazu kommen wir auch noch natürlich. All das sollten Sie auch wissen und verstehen. Leerheit, Inklusion, Äquivalenz, Wortproblem, Universalität, Endlichkeit, eigentlich alles relativ einfach verständliche Probleme und einfache Fragestellungen, die allesamt Ja-Nein-Antworten haben, sogenannte Entscheidungsprobleme sind. Und wir haben auch gesehen, wie wir die im Fall von endlichen Automaten konkret lösen können. Und dass es manchmal in polynomiellem Aufwand möglich ist, manchmal nur linear im Aufwand, manchmal auch höhergradige Polynome, das interessiert uns nicht so sehr, dieses Detail. Aber es gibt andere Fälle, in denen es eben nicht mehr polynomiell möglich ist und in denen es gar exponentiell wird. Zumindest nach allem, was wir wissen. Es ist in der Regel nicht bekannt, ob es nicht vielleicht doch einen besseren Algorithmus geben könnte. Nur das zu zeigen, gestaltet sich als überall aus schwierig. Das war schon alles. Ich hoffe, diese kleine Übersicht hilft Ihnen auch beim Vorbereiten auf etwaige Prüfungen oder eben als Inhaltsverzeichnis für diese Videos im ersten Teil, der auch der umfangreichste Teil ist, den wir für irgendeine Sprachklasse hier haben werden. Für die anderen Sprachklassen werde ich nicht ganz so viele Details und Vorlesungen aufwenden, aber wir werden trotzdem noch genügend viel lernen. Das war es schon wieder für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wo es dann um kontextfreie Sprachen gehen wird. Vielen Dank.